Ali Abdullah Harib Al-Habsi ist ein omanischer Fußballtorwart. Zurzeit steht er bei FC Rieding unter Vertrag. Vereinskarriere Seine Karriere begann der 1,94 Meter große Al-Habsi in seiner Heimat bei Al-Midabi, wo er von 1998 bis 2002 spielte. Danach wechselte der Torhüter zu Al-Nasr und spielte dort eine Saison lang. Im Jahre 2003 wechselte Al-Habsi zu Lin-Oslo und war damit der erste omanische Fußballspieler, der in Europa spielte. 2004 wurde er zu Norwegens Torhüter des Jahres gewählt. Bis 2005 stand er 62 Mal im Kasten der Norweger, ehe er 2005 nach Bolten wechselte. Die Saison 2010-11 verbrachte Al-Habsi auf Leihbasis beim Liga-Konkurrenten Vegan Athletic, bei dem er sich als Stammtorhüter durchsetzen konnte. Nach der Saison wurde er von den Fans aufgrund seiner guten Leistungen zum Spieler des Jahres von Vegan Athletic gewählt. Am 4. Juli 2011 unterschrieb Al-Habsi einen Vier-Jahres-Vertrag in Vegan. Am 23. Oktober 2014 wurde er für einen Monat an Breiten und Hove Albion ausgeliehen und kam hier lediglich zu einem Einsatz. Seit dem 14. Juli 2015 steht Al-Habsi beim FC Rieding unter Vertrag. Momentan ist er Ersatztorwart. Nationalmannschaft In der Omanischen Nationalmannschaft spielt Al-Habsi seit 2001. Er hat auch an der Fußball-Asien-Meisterschaft 2004 in China teilgenommen. Al-Habsi wurde beim Golfpokal 2007, bei dem er mit der Nationalelfe des Oman das Finale erreichte, zum besten Torhüter des Turnieres gewählt. Bei der Asien-Meisterschaft im selben Jahr schied er mit der Omanischen Mannschaft in der Vorrunde aus. Im Jahr 2009 gewann er den Golfpokal und blieb im gesamten Turnierverlauf ohne Gegentreffer. Gegenwärtig ist er Kapitän der Nationalmannschaft. Erfolge Englischer Pokalsieger 2013 Privatleben Al-Habsi ist praktizierender Muslim und sagte demnach, dass sein Glaube eine große Rolle in seinem Leben spielt. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Vor seiner Profikarriere war Al-Habsi Feuerwehrmann am Flughafen Masgat. In einem Interview mit Al-Yazira Sports erklärte er, dass sein früherer Job ihm Geduld, harte Arbeit und Patriotismus gelehrt habe. Wenn er den Durchbruch im Fußball nicht geschafft hätte, wäre er nach eigenen Angaben wahrscheinlich Feuerwehrmann geblieben. Al-Habsi ist Mitbegründer der Non-Profit-Organisation Safety First, welche es sich zur Aufgabe gemacht hat, Autounfälle durch Aufklärung in Oman zu reduzieren.